Hallo YouTube, jetzt kommen die ersten YouTube News vom Jahr 2016. Ja YouTube News, was heißt das bei mir? Ich stelle euch kurz YouTuber vor und zwar das erste, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen ins Klassische und zwar das ist ein Klavierspieler. Ja er spielt einfach auf dem Klavier und zwar der Kanal heißt EmilMusic.at und zwar ja viele werden ihn vielleicht noch kennen unter seinen alten Namen und zwar Ostro Vlog. Ja diesen Kanal hat er dicht gemacht oder beziehungsweise es kommen keine neuen Videos mehr drauf, sondern er macht jetzt mit seinen Hobby Videos, das heißt er spielt einfach Lieder nach mit seinem Piano. Ja brandaktuell war das jetzt Ober der Rainbow. Ja es gibt ja Leute die hören sich doch ab und zu irgendwelche Lieder an, nur vom Piano gespielt, ist recht was Schönes, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann trotzdem mal vorbeischauen. Den Link von seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Ja den zweiten Kanal, was ich euch vorstelle und zwar da fange ich einfach mit dem Satz an, Gott zum Gruße, ein paar werden ihn vielleicht kennen und zwar der Herr Hewog. Ja ein deutscher YouTuber, der was viele Vlogs macht und immer interessante Themen hat. Es sind zwar sehr sehr lange Vlogs, aber man hört das wirklich gerne an, weil er redet durch, es macht echt viel Spaß, hat wirklich interessante Themen. Ja ich höre mir das wirklich sehr gerne an, vor allem seine ganzen Vlogs, was er im Auto macht. Das heißt er fahrt jetzt in seiner Arbeit oder kommt von seiner Arbeit und da macht er den Vlog dann in seinem Auto. Diesen YouTuber, den kenne ich schon seit ich angefangen habe. Ja der ist bei mir schon seit Anfang an dabei, ich bin bei ihm auch schon länger dabei und ich glaube jetzt hat er ja ein super Ziel erreicht. Es sind jetzt über 1000 Abonnenten, ja herzlichen Glückwunsch Herr Hewog und darum nochmal Gott zum Gruße. Ja und der dritte Kanal dieses Monats, was ich euch vorstelle. Ja diesmal sind sogar drei Kanäle, was ich euch vorstelle und zwar das ist der Lennon Live TV und zwar ein ganz junger YouTuber, der hat jetzt richtig ein mega Gewinnspiel rausgeholt und zwar ja da kann man bares Geld gewinnen oder beziehungsweise kann man halt dann aussuchen in welchem Guthaben man das haben will. Ob es jetzt Amazon ist, Playstation Guthaben oder irgendwelche anderen Guthaben. Ja wenn man dann dabei ist unter den glücklichen Gewinnern, die ersten sieben können gewinnen und da ist eine Aufsplittung mit den jeweiligen Beträgen und dann gibt es sogar noch eine Kamera zu gewinnen, eine Canon Legria Mini gibt es zu gewinnen. Ja eine richtig geile Aktion, was der Lennon mit seiner mega Verlosung hier gestartet hat. Hoffentlich kommen genug Likes zusammen, damit die Verlosung stattfindet, dass jeder gewinnen kann. Ja ich wünsche auf jeden Fall allen Teilnehmern alles Gute. Den Link zu seinem Kanal oder beziehungsweise zum Mörder-Gewinnspiel von ihm kommt unten bei mir in die Videobeschreibung. So das war es jetzt wieder mit YouTube News. Drei YouTuber vorgestellt und sogar ein Gewinnspiel ist dabei von einem anderen YouTuber. Ja noch eine abschließende Frage an euch. Ja was erwartet ihr euch vom YouTube Jahr 2016? Würde mich interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja auf der einen Seite wieder drüben mein letztes Video. Unten wie immer die ganzen Links zu den Social Media Plattformen. Könnt auch mal gerne dort vorbeischauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ja was sagt ihr zu den drei YouTubern, was ich euch vorgestellt habe? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, papa. Die Bis zum nächsten Mal.